Ich habe das einmal gemacht, ich habe das mit meinem Heavy gemacht, ey Junge, das war so näher hoch. Hä, du scheiß Spinne hier, hau ab. Das ist keine Spinne. Kackalake. Heißt ja nur Sand Spider. Deswegen steht da Spinne, wenn man auf sie guckt. Heißt ja nur Sand Spider. Jeder weiß, dass Spider Spinner bedeutet. Das weiß jeder. Kriegst du in der Grundschule gesagt. Spider ist Spinner. Spinner, sorry. Gute Technik, erstmal alles hier. Und weil das doof hier ist mit den Geschützen, kannst du nichts machen. Gegner kommen von da drüben, das Geschütz wird sich erstmal in die Hose scheißen hier. bild... Kacke, 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 kacke... Entschuldigung. Aber... Guck mal, mein Strahl ist voll geil. Der schießt einfach mal alles op. Ich habl alles. Geil. Wenn dat mal nicht taures kochen... lass uns mal anfangen. Nein, mein Geschütz macht gar nichts, ist nicht dasselbe. Ich muss das weiter weg von der Wand bauen. Ne, ich glaube ich weiss, wo ich es hinbauen werde. Der Bauer-Up hat gefehlt. Ich baue meinen hier hin. Ach doch, da kommt doch schon nach. Okay, ich habe das Gefühl, dass da ein bisschen zu viele sind. Geh dich kaputt, du Turm. Meine Hornet fliegt einfach raus, bringt jeden um. So wie es sich gehört. Ja klar. Ja. Nein, das ist eigentlich keiner. Wieso hat das bei mir wieder gefailt? Ich checke es nicht. Ich bewege mich mal gar nicht. Er sagt die ganze Zeit, dass es bei mir fehlt. Was fehlt? Ja, den Generator back up, den Sie. Was macht meine Hornet? Fliegt da so komisch dagegen? Sicht amüsiert. Alter, da hat noch nicht auf der Kamera auf YouTube. Darf man sich nicht. Ja, manche haben aber halt Lust. Nee, Lust gibt es nicht. Generator power up failed. Schon... Es ist immer sobald diese Dicci nach oben kommt. Der darf nicht nach oben kommen, der Spann. Jetzt stelle ich mich hier hin, dann wird jetzt umgebracht. Und hochkommen. Und raus. Ich weiß immer noch nicht, was meine Hornet macht. Fliegt das so komisch durch die Gegend? Okay, meine Hornet ist besoffen. Alter Junge, geht hier. So. Voll der Armagedo. Halt da, ich benutze meine ganze Energie nur, ey. Inzuparieren. Oh, die ganze Zeit. Ich hab noch 30 Sekunden warmert, du auch. Ja, naja. Ich glaub, da ich das aktiviert, das hat es für dich auch aktiviert. Ja, das hat schon wieder gefällt, weil der Spass nach oben gekommen ist. Und nochmal. Dein Tower ist aus der Bord. Alter Schwede. Ich merk's. Oh, ich zerstör mal ein bisschen ein paar Wesps. So ist doch schon viel besser. Ja, ich glaub, es hatten sich ein paar Wesps gesammelt in der Zeit. So, und jetzt darf der Spass nicht nach oben kommen. So, nein, nein, nein. Und nein. Die ist immer noch niemach nach oben. Alter, wie viele Wesps hier sind, ey. Alter Schwede. Ich glaub, es sind immer noch nicht genug. Ich glaub, es sind immer noch nicht genug. So, bis wir endlich fertig werden. Ja, das hat funktioniert. Mein Schütz ist tot, mein Hornet macht so eine Scheiße. Alter, Alter. So, jetzt können wir auch nach Hause gehen. Wir müssen uns zurückgeben, geben, geben. Gehen. Boah, Junge, ich hab Hunger. Hab nichts Mittags gegessen. Hm, ich hab's Mittags gegessen. Was gab's denn Schönes? Ich habe mir eine Tomaten-Sauce gemacht. Ich habe mir eine Tomaten-Sauce, also Nudeln-Tomaten-Sauce gemacht. Normales Gericht. Ich wollte mir eigentlich eine Tiefkühl-Pizza machen, hab ich's aber gesagt. So ist es, wenn man fast Student ist, dann hat man keine Zeit mehr, um großartig zu kochen. Tja, und ich hab mir die Zeit genommen, um zu kochen. Dafür hab ich einen vollen Magen. Und sogar noch Reste für später. Du Reste. Du Reste. Ja, nein. So, Komplete. Was hab ich denn angenommen? Weißt du, wir hätten vorhin eigentlich dieses, diese andere Mission da machen sollen. Hast du die hier noch nicht angenommen? Unten rechts in der Karte. Die hab ich schon gemacht mit dem da. Bei unten rechts in der Karte, da ist noch dieses eine, hab ich noch eine Mission. Ja, ich auch. Lass uns da hingehen. Oh mein Gott, ich hab ne Wand gefunden. Die erste Wand, die ich im ganzen Spiel gefunden habe. Ah stimmt, wir können uns ja teleportieren. Geil, hier sollen wir warten. Warzen? Was wollen wir hier verteidigen? Warte. Ah ja, stimmt, die Mission ist voll geil. Da gehst du in der Nacht, du musst den Generator verteidigen. Und wo ist der? Da drüben, ne? Lass uns in die Mission reingehen, du wirst es sehen. Da ist er drüben, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Jupp. Lädt's bei dir auch jetzt gerade? Jo. Ja gut, sind wir beide in derselben Mission. Und im Moment sollte man den rebooten. Mit dem neuen PC ist es so geil, Junge. Ah ja, die wissen das ja noch gar nicht, dass ich neuen PC habe. Ähm, hier mach mal dein Heildings bitte hier rein. Hier rein. Ja. In die Ecke, das wird richtig nützlich sein. Wirst du sehen. In welcher Ecke? Da drin, einfach in die Ecke. Halt ganz hinten in die Ecke, wo niemand drankommt. Hier meinst du? Wahrscheinlich. Genau. Oh scheiße, wir haben unsere beiden Turrets in dieselbe Seite gemacht. Praktisch. Quadratisch, praktisch, gut. Von wo kommen die Gegner? Von allen Seiten. Ungefähr. So ein bisschen von überall. Ich wurde angeschossen. Ach nee. Wasp, so nö. Ja, die Wespen sind zu groß. Echt, diese scheiße Wasp. Wespen sind nervig. Ich hab die Mission als Heavy gemacht. Ich konnte keinen meiner schweren Waffen benutzen. Oh, da kommt dann ein Guardian. Toll. Von der linken Seite kommt gleich ein, äh, eine Spinner. Kommt bald eine Spinner. Ich weiß, dass in einem Moment kommt da so eine fette Spinner. Ja, ich stelle mal mein Geschütz hier auf. Jipp, mach. Mach. Mach nur was du nicht lastig machst. Mach nur was du nicht lastig machst. Was sag ich dir nicht, wie lange die Scheiße das ist. Tja, da wird zu. Ganz schön auf dein Leben achten halt. St accused. Ja, das war. Ja, das war. Ja, das war. Geh auf, du gehst! Du bist ein Wespen. In den letzten 15 Sekunden kommt eigentlich nie etwas. Du solltest nicht mal heilen so lange. Ich mach' ich. Doch, er kommt doch wieder an Spast. Na ja. Komm, alles relativ. Ah, scheiße. Ich will so ein Teil. Frag mich, wie es die Valentina bei uns in der Klasse die ganze Zeit schafft, irgendwie zehnmal hintereinander zu müssen. Wie was? Wie die Valentina es schafft, zehnmal hintereinander zu müssen. Ich lies immer nur ein Name. Das weiß ich auch nicht. Bei der kannst du ja einen ganzen Song draus singen. Gesundheit, Schönheit, Gewissen, Intelligenz, Zwiebel, Bratwurst, Knödel. Das sind alles Sachen für die Leute hübsch. Im tiefsten Herzen. So'n Kack. Das ist eine Minute. Die Körse ist in der Körse. Da, da sind die Säte kommen auch wieder Leute. Da war ein Wasp überall, da kommen schon wieder Wasps. Scheiß Wasps. Gesundheit! Ich hör dich nicht mehr. Du hörst mich nicht gut? Doch, jetzt gehts wieder. Ich warte nur bis ich mal wieder einen neuen Skillpoint geben kann. Okay, ich bin fast gut. Bist du gestorben? Ja ich bin gestorben. Ich habe gerade versucht die Fuzzis zu reparieren. Oh, ich bin auch gestorben. Das sage ich bevor ich gestorben bin. Ich bin halt ein Hellseher. Ja, ich bin gestorben weil ich versucht habe hier einen Tower aufzustellen. Ich bin gestorben weil ich nicht auf meine Gesundheit aufgepasst habe, genauso wie mein Turret. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Es wird super fach. Du hast die Generator nicht mehr. Ich habe die Generator nicht mehr. Ich habe die Generator nicht mehr. Was? Was? So. So, jetzt baue ich meine Schütze. So. So. So, jetzt können die Besten zerstört werden. Die Generator hat so viel Leben, ich weiß nicht, wie man die Mission nicht schaffen kann. Gut, zur selben Zeit, ich bin zehn Level höher, als ich die Mission eigentlich machen soll, aber... Naja. Ja, ich bin am richtigen Level für diese Mission. Aber ein bisschen Damage hat er schon genommen. Hm, ich bin so ein Fitzle, ey. Ja, ein Fitzle. So, wir haben noch einen... Oh, da kommt jetzt erst die erste Spinne. So eine Granatwerfspinne ist das. Ach, eine Colony End. Oh, ganz vielen Clansspinne. Oh, dein Geschütz ist... Ach, die sind... Echt, schon. Wieso machen sie mein armes Geschütz kaputt? Wenn dein Geschütz böse ist. Vorsicht von der drüben. Du musst... Ah, da drüben kommen die da. Da kommen auch gleich größere Spinnen. Ich reparier mal deinen Tower. Ja, aber ich auch gerade noch. Ich mach mal hier beim Generator. Falls nicht. Da kommt wieder eine Spinne. Oh, geil. Ich will sie totmachen. Achtung bei den kleinen Ticks. So, ich verbruchte... Wow, 27 Leben, Junge. 27. Krass. Alter, die haben mein Geschütz kaputt gemacht, diese Dichs. Jetzt bin ich sauer. Jetzt hab ich echt Eier ausgebaut. Ja, weil wenn ich sauer werde, krieg ich Eier ausgebaut. Nehme. Ah, ne, mein Geschütz steht noch. Geil. Mein geliebtes Geschütz. Aber ich hab normale, aber... Keine Waffe. Alter, stell dir vor, die bist du im Platz allein als Medic, Junge. Hm, als Medic geht wahrscheinlich. Als Recon wär's schwer. Ne, ja, Recon geht noch. Für ein Medic schwerer. Weil du mit dem Medic mehr Schaden gegen, ähm... Gegen Menschen machst und bist du gegen Roboter. Ah, jetzt kommen viele Spasten. Jetzt kommen viele Spasten. Ich hab da mein Turret aufgestellt damit, ja. Okay, okay. Okay, aber natürlich mein Situation. This isn't what I signed up for! Take that! Fort fire! Woah, 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 boiler! Um... Ich kann nicht unendlich lang das verteidigen, aber... Toll, ich hab mich geopfert in der... Es kommt noch ein Spinner von hinten. Oder von vorne. Ah, ne doch nicht. Ich hab mich geopfert in der letzten Sekunde, ey. Wenn das mal nicht Heroic war. Da Junge, mein PC ist zu schnell. Ich sag die Fraps hier, 30 Frames per Second. Und das nimmt trotzdem in 40. So, gehen wir jetzt Missionen abgeben. Was ich für unnütze Sachen gewinne. 3.000 Credits, Alter, her damit. 2.500 Credits, Alter, Junge. Ja, Skill Points! Wie viele einen? Boah, du Scheiß. Decreases the charging time of station. Actualism reduces the point required to activate your boost. Oh, yes. Das ist eine Dauermission, diese Defender Solar Farm. Was? 10-pat-range, alles Missionen. 10-pat-range, alles Missionen. 20-pat-radius. 10-pat-range, alles Missionen. Ja, das ist ein alles. Junge, ey. Ich hab jetzt grad so geile Sachen, die ich mir machen kann. Schön für dich. Guck mal bei dein ... äh ... bei deinen Skill Points. Das Ding sieht ganz unten bei Drones. Das Ding kann ich aktivieren. Oder das mit dem roten Auge. Auch bei Drones, aber ganz links bei den Drones. Nicht schlecht. Geil, ich kann mich gar nicht entscheiden. 5-Pet Accuracy, 10-Pet Range, 20-Pet Radius. Ich glaube, ich nehme das denn da. Alter, wie fucking stark ich jetzt bin. Sag mir mal, Frederic und Wartmann, darum geht ich ficken. So. Ich muss nochmal zurück da hinten zu der Mission. Defend the Solar Farm. Wie, nochmal zurück. Ich habe wieder mit Defend the Solar Farm. Ich glaube, das ist eine Dauermission. Meinst du? Clear the Nod by the Solar Farm. Das ist wahrscheinlich auch dasselbe. Wie vorhin. Ja, das scheint am selben Platz zu sein. 1.168 Meter in Trenat. Ja, wahrscheinlich Dauermission. Aber ich habe gesehen, wie viele Credits wir dafür kriegen. 3.000, 2.500 Credits. Ja, ich habe jetzt 27.975. Wie viel habe ich denn? Nein, ich habe 26.484. Und natürlich 9.474 Tokens. Hören wir jetzt auf? Ja, also ich muss dann auch. Ich gehe jetzt nochmal kurz zur Stadt. Ich gehe gucken, was ich mir alles kaufen kann. Ich muss sowieso dann noch andere Sachen machen. Und zum Fall, ich habe noch meinen Medic, den ich spielen wollte. Jupp. Aber diese Mission wäre gut, wenn wir die jetzt weiter zusammenzocken, weil wir scheinen auf dem selben Level auf den Missionen. Halt nicht Level, sondern ich weiß, was ich meine. Selben Level? Du hast 10 Levels mehr, aber ja. Ja, okay. Dann kann man ja mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Jupp, würde ich auch sagen. Einmal schönen guten Tag noch und bis zum nächsten Mal. Wenn es mal wieder heißt, let's irgendwas TP LP TP. Let's lauf durch Global Agenda. Jupp, let's jog. Na ja, auf Wiedersehen. Na ja, auf Wiedersehen. Ciao.